Weil wir wissen ja, der Champ, der fällt dann gerne selbst auch noch runter und ja, macht sich dann erstmal schuld zum Körperklaus. Haha! So, wir gucken hier aber eins, zwei zur Seite. Hier auch noch eins, zwei zur Seite. So, da müssen dann diese Stützpfeiler hin. Die werden nachträglich nach unten bauen, weil da jetzt die blöden Equipher rummurpsen und da habe ich eigentlich gerade keine Lust drauf. Aber ich würde gerne mal gucken. Kommt der hier hoch? Ne. Ach ne, wir provozieren hier nichts. Wir lassen uns davon jetzt einfach gar nicht weiter beirren und zocken einfach weiter. So, komm mal her. Zack, zack. Und zack und zack, zack. Düldüldüldü. Hörst du auf? Ach, der Creeper ist runtergestürzt. Ha, ha, ha. Oh, äh. 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 Ja, ähm. Äh. Oh, ich will das ganze Zeug hier aber auch noch eins sagen. Äh. Äh. Ja, äh. Kann man mal einer sagen, wo ich hier gerade hinlaufe? Hm. Ja gut, ähm. Die, 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 die. Dieser taktische Rückzug ist natürlich, ähm, gewollt. Kotze bloß an, weil jetzt geht da wieder wertvolle Zeit drauf. Der ist weg, oder? Ja. Äh, ja. Jetzt habe ich hier natürlich kaum noch live. Klasse. Ja, Champs springt natürlich auch noch runter. Äh, ja. Ich hoffe mal, dass der jetzt auch endgültig weg ist. Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Ah, Schweine. Ihr kommt doch wie gerufen. Jupp. Dankeschön. Ha, da können wir uns gleich schön den Wanst vollhauen. Und dann, äh, frisch gebläht, ähm, geht's dann wieder zurück an die Arbeit. So, komm her. So, und du auch noch. Du kleiner, äh, Schweinefreund. Na, egal. Äh, ach, Manu. So. Und zack. Zack. Und zack. Und zack. So. Äh, ja, so. Und. Ja. Und so. Und zack. Und zack. Und zack. Und zack. Sieht doch schon wieder besser aus. So. Und schnell wieder zurück an die Arbeit. Ah ja, ich habe ja gesagt, frisch gebläht, ne? Hm. Pfff. Ah. So. Jetzt kann ich wieder weiterarbeiten. Mit, äh, vollem, beziehungsweise leeren Magen. Je nachdem. Ne, vollem Magen und leeren Darm. So. Jetzt haben sie es. Äh, ja. Äh, ja, sind die Kübe jetzt noch hier? Ich hoffe mal nicht. Hm. Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, äh, wenn der Knall angeht. Hehe. Ne. Lieber nicht. Ich muss mal gucken, die Bäume hier, die, die machen das Gesamtbild ein bisschen kaputt. So, wie oft will ich jetzt noch Escape drücken, bis ich endlich mal check, dass ich hier nicht bei Terraria bin. So. Guck mal, ey. Bam, 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 bam. Ähm, ja, den Holz, den, äh, ja, kann ich wegmachen. Den Holz. Den Holz. Den Haag. Hehe. So. Jetzt ist das da, da ist auch noch ein bisschen Holz dazwischen. Okay, das Gute ist natürlich, jetzt kann ich das Holz hier sehen. Wow. Danke, Leute, für den Tipp. Für den Tippo. Das freut mich. So. Jetzt habe ich ja doch Holz genommen, bin ich selten dämlich. Ich habe da extra Dreck gesucht. So. Nochmal. Da haben wir Dreck. Alles klar. Zack, zack, zack. Und jetzt, ähm, rupfen wir hier das Holz noch weg. Wo war hier noch was? Da vorne. So, du noch. Und das war's, glaube ich, auch schon. Ja. Das müsste es jetzt soweit gewesen sein, an Holz von dieser Seite. Jetzt, den da müssen wir nachher noch weg machen. Und den da rechts. Oder ich lasse das. Muss ich mal gucken. Müssen wir alles dann mal sehen. Kommt alles mit seiner Zeit. Hier. Die Bäume wachsen. Der da wächst nicht. Klasse. Anstatt die einfach mal hoch wachsen. Wow. Habt ihr das gerade gesehen? Leck mich am Arsch. Da ist gerade der Riesenbaum hier gewachsen. Uhuhu. Hier ist was los. Das sage ich euch. Wobei, eigentlich ist es ja auch ganz schön hier so, ne? Ein bisschen Grün dazwischen zu haben. Ich glaube, ich lasse es erstmal noch. Soll ja auch ein Baumhaus sein, ne? Ein Baumhaus. Wie der Bellen. So. Diesmal bitte ohne abzuschmieren hier. So. Und. Na komm. So. Und. Ach nö, das wird doch nicht ernsthaft schon wieder dunkel. Ah, ja. Gut, wenn es dunkel wird, dann laufe ich lieber nach Hause, weil das bringt nichts, wenn ihr nichts sehen könnt. Ah. Mensch, 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 Mensch. Die Umstände. Die Umstände. Ich möchte doch einfach nur in Ruhe bauen. Äh, das wäre jetzt was, wo man sagen könnte, da könnte man einen Mod installieren, dass man diesen Switch hier hat, äh, Tag, Nacht. Dass man dann einfach, äh, diese, weiß ich nicht wie viele Sekunden das jetzt sind, ob sogar eine Minute ist. Keine Ahnung, müsste ich nachher mal gucken, wie lange ich jetzt gebraucht habe, hier hoch zu laufen, ins Bett zu gehen und dann wieder runter zu laufen. Wenn ich dann wieder runter laufe, sind auch wieder Monster da. Bla, bla, bla. So, wieder da. Und direkt weiter. Na, so. Hallo? Hallo? Also, es ist jetzt erstmal keine Monster, aber ich mag es auch nicht, wenn hier jemand einfach so hoch hüpfen kann. Deswegen wird das hier jetzt mal ein bisschen weggemacht, so dass man hier auf jeden Fall nicht mehr einfach hoch hüpfen kann. So, so, so. So, 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 so. So, da kommt jetzt keiner mehr hoch. Es sei denn von da. Das heißt... Äh, so. Hm, wie sieht das... Ach, egal. Sieht jetzt irgendwie scheiße aus. Ja, kümmere ich mich ein anderes Mal drum. Wir waren stehen geblieben bei uns am Baumhaus und passen hier jetzt erstmal gut auf, weil hier überall tückische, äh, Creeper rumlaufen könnten. So, Stützpfeiler Nummer 1 oder Baum Nummer 1. So, so. Da kommt Nummer 2. Und Nummer 3 müssen wir noch gucken, wo der hinkommt. Ach, und den Dreck hier können wir mal wegnehmen. Juhu. So, 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 und so. So, 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 und so, lalalalalala. Ah, das kann man... Das kann man doch noch, ne? Da kann man doch, genau. Ähm. Bin ich jetzt direkt drunter? Jetzt müsste ich doch drunter sein. Okay. Ähm, einmal Dreck, bitte. So. Zack. Und bam und bam. So, haben wir den ersten. So. Na, so. So. Und so haben wir den zweiten. Jo, muss ich sagen, gefällt mir. Hat er fein gemacht. Gib ein Bienchen. Juhu. So. Na. Na. Ja, du bleibst am Leben. Du bist jetzt der Wolf, der sich nie bewegen darf. Weil. Ist so. Äh. Weil deine anderen Vorgänger alle irgendwie unfähig waren. Und ich an deren Schuld, ähm, nicht... An deren Schuld, an deren Tod nicht die geringste Schuld getragen habe. Also, ja, ganz ehrlich. Ähm, jetzt können wir eigentlich hier auch wieder Treppenstufen hin machen. Würde ich jetzt mal behaupten. Oder, Moment, hab ich überhaupt welche, bevor ich sie jetzt wegreise? Ich hab gar keine Treppenstufen mehr. Hm. Gut, dann machen wir das später. Müssen wir uns aber vormerken. So, da kommt jetzt... Huppa. Na. So, huppala. Und huppala. Und... Haha. Gut, da oben komm ich jetzt eh nicht ran. Da hab ich's gleich so hier machen können. Setzt du da jetzt direkt drauf? Achso, das ist jetzt... Na, nein. So, jetzt aber. Okay. Jetzt kann ich. Ja, das ist alles hier, ne? Und... Wo? Ach, da. Ne, du. So. Und da pflanzen wir auch wieder ein Bäumchen drauf. Und da. Auch wieder ein Bäumchen drauf. So. Also, äh... Ich denke, das wird so wirklich ein richtiges Baumhaus. Da können wir doch schon mal sagen... Hier, ne? Und wir haben Baumhosen, so. Und... Denkt ihr gerade das gleiche wie ich? Baumhaus, Verbindung zum richtigen Haus. Mhm, mhm, mhm. Hier, Baumhaus-System. Irgendwie, ne? Sind das alles... Ist das hier alles eine... Ein... 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 Eine Aneinanderkettung von Zufällen? Als hätte ich es so gewollt, dass wir da hochkommen. Als hätte ich es so gewollt. Tja. Der Raum soll ja mal etwas größer werden. Und dann ganz vorsichtig. Hier. Hier, hier und hier. Und dann... So. Und so. Und... So, 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 so. Und so, 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 so. So, so. Und so, 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 so. Gut, das hier wird dann auch wieder ein Raum. Ich frage mich gerade, ist der jetzt überhaupt größer? Ich glaube, der ist genauso groß wie der andere. Egal. Kann ja trotzdem irgendwas anderes reinkommen, ne? Das ist ja... Wir haben ja sämtliche Freiheiten der Welt. So. Gut, hier können wir dann irgendwie eine Leiter hochmachen, kann auch alles noch höher werden, hier ist ja nichts ausgeschlossen. Ich muss sagen, das macht mir hier gerade richtig Spaß, hier dieses Baumhaus zu bauen. Und außerdem überlege ich jetzt, wie ich am besten hier dann den Zugang dahin mache, weil das hier, was hier übersteht, das bisschen Erde, möchte ich auf jeden Fall noch wegmachen. Komm, so, 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 das soll alles noch weg, weg, der Dreck, aber wie ich mich kenne, baller ich hier eh nochmal voll Karacho runter, und ich muss mal gucken, wie mache ich den hier lang und dann da hoch, da brauche ich dann wieder meine Stone Slabs, äh, so, so, so und so, oh Gott, das ist hier, ne, das ist eine Wissenschaft, das ist hier schon eine Sache für sich. Also, eins, zwei, drei, vier, fünf, okay, passt. So, nein, 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 na, wohl, doch, können wir eigentlich so lassen. Dann, so, und das hier noch. G surprises euch, sag mal. So, wir fragen uns jetzt mal. Vielen Dank.